Jetzt ist gerade die Türkenthalbe oben durch. Das ist der Phönix Biblia. Der ist von oben runter geflogen. Er ist um mein Fenster drüber. Und dann direkt hier oben gelandet. Hier ist sie. Und hier ist die zweite. Im Weiteren habe ich vorhin noch ein paar Schwalben gesehen. Rente auf uns verfolgen. Was sagst du? 20. März 2023? Ja, da sehen wir es noch. So. 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 So.